Gelesen aus 365 mal R von Wilhelm Busch 15. Oktober Diesen Jesus hat Gott auferweckt. Apostelgeschichte 2, Vers 32 Die Diskussion über Jesus will nicht abreißen. Der französische Schriftsteller Franchos Moriak schreibt Siehe jenen jungen Mörder auf dem Richtweg, wie er in der Avenue Mozart inmitten einer heulenden Menge auf den Bürgersteig gezerrt wird, da spuckt ihm ein Weib ins Gesicht und alsbald wird er Christus. Moriak sieht also in Jesus das Urbild aller wehrlosen Leiden. Andere sehen in ihm den Mann, der sein Schicksal auf sich nahm und Ja dazu sagte. Und auch das wurde schon geschrieben, dass er das Gift im Blut der abendländischen Welt sei. Die einen sehen ihn in den Vorkämpfer für alle Schwachen und die Bürger wollen ihn gerne zum Schutzpatron des Besitzes machen. Und wie oft wurde er ausgegeben als Moralist oder gar als Religionsstifter? Welchen Tohu Wabohu? Das ist ja zum Wahnsinnigwerden. Gibt es denn kein unanfechtbares und unantastbares Zeugnis über Jesus? Wer ist er denn eigentlich? Nun, dies Zeugnis gibt uns Ostern. Da zeugt der lebendige Gott, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Gott erweckt Jesus aus den Toten. Damit zeugt er für ihn unüberhörbar. Nun dürfen wir wissen, wer Jesus ist. Er ist der Sohn Gottes. Er ist die Offenbarung des verborgenen Gottes. Er ist die Tür zum Vater. Er ist der gute Hirte. Er hat nicht umsonst gelitten am Kreuz. Gott bestätigt uns durch die Auferweckung, dass im Kreuz Rettung ist von Schuld und Gericht. Herrliche Gewissheit. Vater, wir danken dir, dass du alle Nebel über Jesus zerrissen hast, dass wir nun nicht mehr auf Menschenmeinungen hören müssen, sondern durch dich selbst Gewissheit haben. Amen. Ich kann dir deinen Weg zum ewigen Leben gerne zeigen, aber klingeln musst du schon selbst. Jesus wartet auf dich. Sprich mit ihm im Gebet und lade Jesus in dein Leben ein. Du wirst sehen, er wird dir antworten. Jesus Christus, segne dich. Amen. 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 Amen.